Hallo, ich bin Jörg Bode, betreibe seit 2016 hobbymäßig die Falknerei und da gehe ich jetzt rein und hole die Pixi, den brasilianischen Sperling Scout. Jetzt lässt mich aber doof dastehen. Mit Pixi, Pixi ist tatsächlich nur für die Öffentlichkeitsarbeit da, das heißt wir gehen in Schulen, wir gehen in Kindergärten, wir versuchen natürlich dann sowohl die Falknerei als auch die Natur und die natürlichen Kreisläufe zu vermitteln und da ist so eine kleine Eule einfach willkommener Gast. Was macht ein Habicht mit Langeweile? Federn werfen.